Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Hier noch ein kurzes Infovideo und zwar in Star Trek Online wurde vor vielleicht 5 oder 6 Minuten angekündigt, dass es ab jetzt möglich sein wird, Star Trek Online auf Xbox und PS4 zu spielen. Ich finde das wirklich genial, denn somit bekommen wir auf jeden Fall mehr Spieler und auch das Spiel bekommt mehr Bekanntheit. Also wirklich super. Dann wollen sie noch die Engine überarbeiten. Das bedeutet, Licht und Grafik wollen sie auf jeden Fall verbessern. Dann kommen wir auch mal aus diesem steinzeitmäßigen DX-Bagstein raus. Naja, das war es eigentlich schon wieder mit dem Infovideo. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung da, wobei es hier ja nicht sonderlich viel zu bewerten gibt. Ich bringe ja nur eine Info. Also, bis zum nächsten Video.